so willkommen zurück zur no man's sky und games to sleep to beziehungsweise games to sleep to und no man's sky unser heutiges spiel zum einschlafen wir haben zweimal versucht vergeblich versucht zu live streamen oder heißt es live zu streamen wie auch immer bei denklichen worten bin ich da immer so ein bisschen überfragt kurz die lautstärke ein bisschen runter regeln ja ich habe gerade vergeblich versucht zwei live streams zu starten die sind beide aber nach einigen minuten ausgefallen und deshalb gibt es jetzt eine ganz normale aufgezeichnete folge games to sleep to ich habe es zwar im ersten live stream schon gesagt ich sage es gerne noch mal wir haben länger pause gehabt ich bin jetzt aber öfter darauf angesprochen worden wie es aussieht wann mal wieder eine neue folge games to sleep to kommt einfach nur labern und ein bisschen vor mich hinspielen und deshalb sind wir jetzt hier in no man's sky aktuell aktuelles update beyond ist draußen mit psvr unterstützung normalerweise spiele ich es auch in psvr mit dem perculator zusammen hatte jetzt aber bock auf ein games to sleep to und das mache ich dann natürlich liegend von der couch aus ohne viel bewegen mit meiner patentierten games to sleep to wall decke und meinen fancy pants die ich mir zum chillen übergestreift habe so struktur betreten lokales handelszentrum wissenschaftlerentität ort cobro bedeutungslosigkeit wird bei der konvergenz nicht geduldet von interesse aber nicht von wird der wir war von atem ist übersetzer zeigt mir dass ich bei den korvaks noch einen eindruck hinterlassen habe ich habe ungefähr alles falsch gelesen was in diesem stadt satz steht also der wir war von atem ist übersetzer zeigt mir dass ich bei den korvaks noch keinen eindruck hinterlassen habe ich muss meinen rang verbessern gut ich könnte jetzt entweder missionen machen ich könnte jetzt entweder missionen machen oder halt den außerirdischen einfach so viel geschenke machen dass meine rang bei denen steigt kann man das beschleunigen ich mache das jetzt einfach so ich gucke mal wie lang es dauert um da rang 1 oder was zu kriegen ich weiß nicht wie viel ich brauche ich habe gerade tierisch hunger wir haben aber weil heute kindergeburtstag war nur süßkram im haus und das wäre natürlich jetzt tödlich kohlenhydrate zu essen das ist sehr interessant es ist interessant dass ich ihm jetzt keine geschenke machen kann ok ich kann ihm aber eine karte übergeben ich will ich will er nicht verkaueln indem ich ihm jetzt einen fehler unterstelle ich gucke jetzt mal ob das einfluss hatte ich soll in den weltraum zurückkehren und atem ist kontaktieren das ist doch schon mal gut sind wir doch schon mal einen schritt weiter hallo wir steigen in die slave one und fliegen in den weltraum eingehende nachricht da bist du ja ich glaube ich habe eine an höhe gefunden wenn du dort bist freue ich mit meinem multi werkzeug in die luft um meine position zu markieren was ist los warum sagst du nichts ich erzähle atem ist dass die einheimigen einheimigen vor allem die einheimischen die sternen karte nicht entschlüsseln konnten die außerirdischen behaupten sogar dass diese sterne nicht existieren würden das ist unmöglich ich kann nicht so weit vom kartografierten teil des weltraums gereist sein du hast mein schiff gefunden fragen wie atem bisher gekommen ist das glaube ich sinnvoller während ich spreche wird die leitung von einem rauschen gestört atem es schaut panisch zu den sternen hinauf wie kann ich ihnen sehen die sterne sie haben sich verändert seit ich die karte angefertigt habe sind teilweise verschwunden ok wie ist das möglich was passiert mit mir ich muss weg von hier ich muss kurz das ist kaum hörbar aber es ist da unverkennbar und wird mit jeder sekunde lauter ein geräusch hinter seinen worten ein geräusch als könnte man glas schreien hören mal fragen was passiert sie kommen mich zu holen ich kann sie sehen riechen und das klingt ja nach steven king ich habe die klüfen zu einem portal geschickt reisender es ist eine pforte zwischen den welten ich dachte ich würde jemanden meine art finden aber jetzt ich weiß nicht einmal ob die stimme echt war der weg ist eingestürzt als ich noch drin war ich habe diesen ort in der dunkelheit gefunden ich dachte es wäre ein planetig lag falsch ich kann ihre gesichter sehen ich sehe samen aus glas in ihren na das klingt aber übel sie sind weg meine daten sind fragmentiert in ich wollte nur welten entdecken ich wollte andere reisen finden ich wollte nicht 16 sein gesicht getragen ist noch nicht ich bin nicht das signal bricht ab während es weiterhin knistert höre ich einen namen durch das rauschen hindurch apollo mein holo terminus wurde eine frequenz für apollo hinzugefügt überbringe nader neuigkeiten zum signal verlust rufe im weltraum die anomalie über das schnellmenü auf die anomalie aufrufen ist ziemlich cool ich drehe mal gerade hier so ein bisschen damit man freien raum sieht da ist ja noch ein dicker planet sieht übrigens geil aus wenn man sich so dreht mit dieser unschärfe das gefällt mir echt gut so dann rufen wir mal die anomalie her die anomalie ist eine raumstation die ist hier nicht verfügbar planetare störungen ok dann fliegen wir doch mal von dem planeten hier ein bisschen weg moment der ist ja hier dann fliege jetzt einfach in die richtung kann man eigentlich durch die dinge hier durchfliegen ohne dass irgendwas passiert anscheinend so weltraum anomalie herbeirufen da ist es schon dann fliegen wir jetzt mal dahin aber das dann fliegen wir hier sesam öffne dich so während wir hinein kleiden muss ich mal was treten so gerade moment da meldet sich das smartphone 38 minuten 47 audio geschickt bekommen wann soll ich die denn hören besten morgen früh auf dem weg zur arbeit so weil ich der meinung bin dass die musik für games das liebt nur noch lauter sein könnte und jetzt einfach mal die sound effekte auf 50 prozent ich frage mich auch immer noch ob third person hier das sinnvollste ist oder ob man es besser in first person spielen sollte die verzögerung ist schon krass teilweise liegt wahrscheinlich am 60 frames modus in dem ich spiele müsste ein spielmodus gehen aber so sieht es einfach geiler aus so hohes artemis wenig artemis nada was hast du erfahren reisende was erzeugt das signal der artemis entität ich erzähle nada wie wir artemis position nicht verstanden haben ich erkläre die seltsamen nachrichten apollo und die portal klüfen nada hält inne sein licht blinkt beim verarbeiten der informationen artemis wechsel zwischen den welten in den datenfall unser zuhause lebt in diesen räumen diese löcher sind jedoch stabil klein ich hab dem jetzt gerade meine stimme gegeben weil immersion na da ist besorgt reisen da sonst so leichten helge schneider wäre auch cool oder die richte zwischen den iterationen sollte sich nicht aus denen bis zum katze klo doch viel weiter es wird uns nicht helfen oder vielleicht hat er auch irgendwie sowas sowas weinerliches erinnert sich die artemis entität immer noch nicht an da da ich sollte synchron sprecherin werden das ist ein rätsel eine falle oder eine tragödie nader kennt die apollo entität nicht sehr merkwürdig wenn reisende entität neugierig ist hat nada einen ratschlag der zügellose blut rote ist das werk der atlas falschheit andere korvax sagen er sei eine gottheit nader weiß es besser die falsche atlas entität jagt nader aber reisender könnte sie ausfindig machen und weglocken der junge spricht den rätseln spricht mit polo und anderen lebensformen an bord der anomalie polo hat koordinaten für schwarze löcher nähe das ist doch das ist doch eine ganz andere mission jenseits des systems nader neuigkeiten zum signalverlust überbringen das habe ich gemacht muss ich jetzt wieder warten bis bis die mission erledigt ist das hat vorhin ja schon so lange gedauert interessanter folge was so spricht mit nada und polo also muss ich hier mit dem golf auch noch reden polo servus polo altes haus na wie sind kommst du immer noch nicht mit dem golf zurecht grenzen sind seltsame dinge reisender freund die meisten dinge bleiben wo sie hingehören andere dinge unser zuhause atlas und jetzt atomist freund bewegen sich dazwischen merkwürdig so dann fragt man nach dem portal nur geräte zum verstehen kopieren weiterentwickeln das ist alles was wir in dir mit diesem universum betonen können oder wisse das zu schätzen das war ja nicht sehr ergeblich nach atem ist suchen in diesem system gibt es eine merkwürdige raumstation einer anomalie ein holotherminus lokalisieren und okay ja gut dann fliegen wir jetzt mal dein schicksal liegt im jenseits zum öffnen der galaktischen karte ich kann auch die karte von hier gar nicht öffnen das kann ich doch nur im raumschiff das ist aber komisch doch kommen dann gehen wir mal raus ins raumschiff und wir befinden uns an bord der slave 1 wir verlassen die raumstation und dann können wir die karte aufrufen so galaxy karte planetare störung okay wir müssen ein bisschen weg so hier sind wir navigations daten empfangen okay wie navigiere ich hier keine ahnung ich hab das so lange nicht gemacht okay rechte stick nach rechts das raussum komische steuerung waffe ich nicht freier kunden herz der galaxie schwarzes loch freier kunden hier kann ich auf jeden fall irgendwie ziele durchschauen was ich aber ja gar nicht will auswahl des aktuellen systems aufheben aber jetzt kann ich mich bewegen okay so wie okay hier gehe ich hoch und runter meine position aussehen okay so springt er wieder zurück er zeigt mir doch hier so eine linie nicht blöd wo zeigt in diese linie hin zeigt doch dahin nicht dann jetzt hier so da da hat doch die linien gezeigt das heißt ich will das aus das ist ja komfortabel so 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 das schwarze schwarze loch erreichen wie das schwarze loch erreichen ach nee habe ich jetzt das ausgewählt schwarze loch so 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 sieht auf jeden fall sehr sehr geil aus vor allem diese flora gefällt mir irgendwie gut habe ich noch nie gesehen so was kann man analysieren gibt ein bisschen xp und die pflanzen auch sind das hier andere pflanzen ok interessant was ist hier für ein baum lebensformen und zu weit weg zum scannen anscheinend naja wir halten uns jetzt mal nicht mit kleinigkeiten auf wir wollen ja den typen endlich mal finden aha was war denn ich dachte du gehst automatisch da die leiter hoch junge das war jetzt so nicht geplant naja vielleicht können wir die scannen wenn wir ganz oben sind die machen auf jeden fall schöne geräusche das gefällt mir gut was ist das denn da hinten schwebt so eine insel die planeten auf bei dem spiel sind ja alle generiert das heißt ein zufalls generator bestimmt die oberfläche die beschaffenheit die umwelteinflüsse wir haben sehen jetzt hier zum beispiel unten links dass es sehr heiß ist 75,8 grad celsius radioaktivität 1,8 röntgen glaube ich sind das und 18,4 toxisch das heißt die atmosphäre ist auch toxisch die viecher die hier rumfliegen sind per zufall generiert die pflanzen sind per zufall generiert und keine welt sieht so aus wie die andere und auch die namen wie jetzt ozni yalut tau also der namen des planeten ist auch per zufall generiert also das finde ich halt schon geil und theoretisch könnte man jetzt hingehen achso ne da waren wir schon richtig könnte man jetzt hingehen und die entdeckung umbenennen und dann hochladen ich könnte jetzt dem planeten meinen eigenen namen geben ich könnte jetzt hier sagen ich mache als umbenennen und nenne das ding hier ähm das schuhrecken wäre ein bisschen plakativ wir nennen das earth zero keine ahnung wieso so dann würde der ab jetzt earth zero heißen und dann ähm wird das jetzt so hochgeladen in die cloud und wenn jemand anders auf den planeten kommt dann steht da wenn der wenn der da landet dass der planet earth zero heißt und dass ich der entdecker bin ja das finde ich ziemlich geil und jedes mal wenn man sowas hochlädt kriegt man da xp für und ingame währung da wir haben jetzt 25 nanithaufen erhalten das ist glaube ich eine ressource beziehungsweise eine währung so der holo terminus wird aktiviert mehrere signalquellen verfügbar dann suchen wir uns noch mal eine aus ja 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 bla 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 wir suchen apollo das komisch dass er manchmal so hin und her wackelt so hin und her wackelt der junge mann hier ist apollo also es handelt sich hier nur um ein hologram deswegen auch holo terminus der sieht ja aus wie ein roboter schade ich dachte apollo wäre vielleicht die raumfähre apollo dass sie irgendwie so die brücke schlagen zur realität aber anscheinend ist das nur der name von irgendeinem ausirdischen der fremde starrt mich einfach nur an naja jetzt halt die frage wie verhält man sich versuche ich es mit grüßen oder starr ich einfach zurück und guck was passiert wir benutzen die psychologische taktik des spiegelns und machen das was unser gegenüber macht oh ok er mag das gar nicht so ich sag dass ich sag ich dass ich ein freund von atem ist bin oder sag ich dass ich ein reisender bin ich weiß ja wer er ist eventuell aber muss ich jetzt schon die karten auf den tisch legen und sagen wer ich bin die frage ist ja wenn er was gegen atem ist hat könnte ich es mir somit verscherzen schwierige wahl ich sag ich bin freund von atem ist nein bin ich nicht warum nicht sehr gut das ist aber das ist aber deeper shit warum benutzt du dieses wort überhaupt freund das ist nur eine bezeichnung ein vorwand damit man sich nicht mehr so einsam fühlt warum hast du mich überhaupt kontaktiert steckt atem ist dahinter ich habe meine meinung nicht geändert die seltsamen träumen sind mir egal ich treffe mich ich treffe mich wenn ich dafür bezahlt werde ok ok atem ist es in schwierigkeiten ok 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 also er sagt jetzt dass die geräusche nach nach wächtern klingen wächter sind so kleine thronen die hier öfter mal auf den planeten rumschwirren die unter anderem wenn man irgendwo rein geht wo man nicht rein gehen soll wenn man jetzt zum beispiel eine tür aufbricht von einem labor was man gefunden hat dann kommen solche wächter thronen und greifen einem an also der denkt dass die geräusche von diesen thronen kommen was ich ein bisschen lame finde weil die kenne ich ja schon und ich habe jetzt eher irgendwas spannendes erwartet so andeuten dass das leben mehr wert ist als geld ne mach ich mal nicht weil der ist ja offensichtlich geldgeil da hat er vorhin gesagt er macht alles für geld und geld habe ich ja genug ja ja mach mal ich schicke dich zu einem meiner kontakte er wird dich mit allem versorgen was du brauchst na das klingt doch gut so was sagt die uhr na gut so als das hologram verschwindet neigt apollo seinen kopf leicht zur seite als würde er traurig seufzen ach oder vielleicht war es nur ein geist in der maschine ghost in the shell reference so die mission hieß auch ghost in the shell im englischen original anscheinend so ich habe hier vorhin kurz vor der landung ok apollos kontaktperson wird mir helfen bei der erweiterung meiner basis ich habe hier vorhin als ich gelandet bin irgendwo gebäude gesehen aber ich weiß nicht in welche richtung das war ich kann es jetzt von hier leider nicht sehen unbekanntes grab was ist ein unbekanntes grab was sind denn 8000 uhr was ist das denn für eine einheit 8000 uhr noch nie gehört noch nie gehört wie das funktioniert ich drücke eigentlich nur nach vorne und manchmal legt der wie so ein wie so ein sprint hin so dann schauen wir uns mal das unbekannte grab an jetzt hat er es wieder gemacht das ist ein grab das ist ein grab interessant okay das finde ich ganz witzig der event jetzt auch die wächter wahrscheinlich haben die ihn gekillt oder so das grab des gefallenen reisenden ist mit einer klüfe markiert und mit irgendeiner grab in schrift einer uralten technologie okay irgendwas habe ich erhalten was auch immer es scheint mir nicht besonders viel gebracht zu haben na gut dann auf zu neuen abenteuern ich wusste echt mal gerne wie das mit dem sprinter geht macht es jetzt einfach nicht mehr pfeift mir was ich muss mir irgendwie zwei sachen gleichzeitig drücken was ist eigentlich das achso das ist glaube ich weil ich den hier gemacht habe den mit dem scanner den kann ich jetzt nicht weil er gerade aufgeladen wird aber ich glaube dann zeigt er halt die interessanten sachen an jetzt ist er aufgeladen jetzt kann ich drauf drücken und dann werden solche interessanten orte da sichtbar gemacht irgendwie boah mein magen knutscht und ich glaube ich muss echt noch eine kleinigkeit essen das würde aber zur folge haben dass ich diese folge beenden müsste weil ich mag euch da jetzt nichts vorkauen vor allem weil es ein games to sleep to ist und da wird nicht gegessen das ist gegen das gesetz so wir fliegen jetzt mal kurz bis nach oben ich wollte mal gucken ob ich diese gebäude sehe was ist da vorne ich glaube das waren nur felsen das waren gar keine gebäude die ich da gesehen habe ich glaube das waren die felsen egal nachricht der raumschiff lenkung moment was war das gerade irgendwas habe ich verpasst wird mir hier irgendwas angezeigt das irgendwas kaputt wäre oder so ich kann jetzt hier nichts ausmachen keine ahnung ich habe die nachricht eben so schnell weggedrückt okay okay so ich muss nach tormin vesca und ich habe schon wieder nicht wie man hier ja wieso lockt er das denn nicht ein dieses tormin vesca ist ein bisschen blöd da jetzt also man muss das schon genau im ziel haben so ein bisschen umständlich gemacht die steuerung das gefällt mir bei elite dangerous 1000 mal besser da hat man nur diese schematische ne man hat nicht nur die schematische karte aber man hat diese galaxie karte und wenn einem das zu stressig ist kann man in die schematische ansicht wechseln und dann hat man die planeten so nebeneinander beziehungsweise kann man da ja auch über das text fällt das ist dann einfach so eine tabelle wo die systeme aufgelistet sind oder es ist ein sehr sehr schöner planet mit ringen und hier ist ein sehr sehr schöner erdähnlicher planet mit ganz viel wasser der würde sich vielleicht eignen um da unser neues hauptquartier hinzubauen so jetzt ist aber die frage aha eine neue art raumstation so eine habe ich noch nicht gesehen dann würde ich sagen wir machen das gespräch noch mit dem typen obwohl wenn ich jetzt hier lande wird glaube ich gespeichert ja ich glaube wenn ich jetzt hier das schiff verlasse wird gespeichert ja so ist es auch gut meine lieben freunde ich würde sagen das soll mal für heute reichen wir haben zwei abgebrochene live streams überlebt und haben jetzt hier ein bisschen no man's sky gechillt ich würde sagen das reicht um einzuschlafen ich werde versuchen ich kann aber leider nichts versprechen weil mein schedule wie der franzose sagt relativ vollgepackt ist in letzter zeit kann ich es leider nicht versprechen dass jetzt wieder regelmäßig folgen kommen aber ich werde versuchen auf jeden fall öfter ein bisschen was nachzuschießen als in letzter zeit das war halt doch schon recht still und ich habe mir auf jeden fall vorgenommen mal wieder ein bisschen öfter was zu machen umzug ist jetzt geschafft es kehrt langsam wieder ein bisschen ruhe ein mikro habe ich auch wieder gefunden das gute alte au na da steht es und tut seine pflicht ja gut ja mit diesen ach so unnötigen worten werde ich mich für heute verabscheuen ich wünsche euch eine gute nacht haut da rein bis zum nächsten mal peace